Hier präsentieren wir die 5 beste Schachbretter Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Radikalen vollständig Handmade Original Marmor Schachbrett. Viele begeisterte und leidenschaftliche Schachspieler schätzen eine hervorragende Spielsammlung. Dieser Deal von Radikalen eignet sich für solche Liebhaber. Dieses Videospiel ist komplett handgefertigt aus Marmor. Ein kunstvoll gestalteter Schachtisch von 31 x 31 cm wirkt wie eine lustige Oberfläche. Die fein geschärften Figuren, jeder in klassischer Form, wirken ebenso hochwertig. Onyx und auch Lan Marmor entwickeln einerseits den normalen Kontrast im Schachspiel für die fast schwarze oder helle Farbung der Felder und auch der Stücke. Die Kollektion wird in einer einzigartigen Sicherheitsverpackung geliefert, die Schutz gegen Abstürze auf dem Weg garantiert. Nummer 4. 2 in 1 Schachspiel Magnetisch Die Firma Fixgit bietet das passende Set, um sowohl Schach- als auch Schachspielen zu lernen. Dieses kostengünstige Set enthält eine Holzkiste und die besonderen Figuren oder Steine für die beiden Spiele. Es gibt eine schlanke Blechplatte direkt unter dem Spielfeld aufgeführt, die mit Kollaboratorin klassifiziert ist. Dies funktioniert als Grundlage für die Magnete in der Basis der Videospielstücke. Dies deutet darauf hin, dass die Königin, König, Bauer und mehr ständig effizient positioniert werden können und auch das Line-Up auch im Falle eines unbeabsichtigten Schubs gehaltener gehalten wird. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie es bei einer Fahrt, zum Beispiel im Zug, verwenden. Neben dieser innovativen Fähigkeit haben Käufer auch die nötigen Erinnerungen, da alle Figuren das klassische Layout repräsentieren. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Mästa of Kies Wigginger Dekorative Schachspiel Sicherlich geht es vor allem um das Spiel selbst und bestenfalls um ein angenehmes Gefühl, wenn man den König und seine Entourage umzieht. Ein Premium Schachset ist ständig ein Plus für das Auge. Das bietet gerade dieses attraktive Schach-Videospiel von Mästa of Kies. Dies ist ein Set mit detaillierten Plastikfiguren im Wikingerstil. Ihre Feinheiten bestehen auch aus den typischen Werkzeugen und Bärden. Darüber hinaus hat die Fläche, die 42 x 42 cm misst, eine schwarz-weiße Farbe und alle Arten von Designs und Text mit Kollaboratoren. Für einfachen Stauraum oder Transport ist das Spielfeld als Kassette zusammengeklappt und hat tatsächlich wirklich Filzeinsätze für die kleinen Wikinger-Militärs. Nummer 2. Amazengirl Schachspiel Schach-Schachbrett Holz hochwertig Dieses Board des Herstellers Amazengirl ist leicht in 6 verschiedenen Größen erhältlich. Diese Araue von der kleinen Version mit 26 x 26 cm als Spielfeld bis zur XXL Version mit 54 x 54 cm. Unabhängig davon wird die aus echtem Holz gefertigte Klappschachtel zur Rettung der Figuren und als Spielbereich verwendet. Seine Oberfläche wurde eine natürliche Beschichtung angeboten und auch die Bereiche sind mit Nützlichkeit gekennzeichnet. Die typisch geformten Spielfiguren im Set sind ebenfalls aus Holz gefertigt, handgefertigt und entsprechend neu lackiert. Darüber hinaus haben sie einen schweren Kern und auch kratzfeste Extra-Polsterung unter der Basis. Dank der wählbaren Abmessungen in Kombination mit der Top-Qualität erhalten Kunden ein passendes Schachsät sowohl für unterwegs als auch für den Langzeitaufbau im Haus. Und die Nummer 1 unserer Liste. Großes Schachspiel El Grande. Die schwenkbare Holzkiste bietet ein Spielfeld von 54 x 54 cm. Im Inneren können die liebevoll geschnitzten Holzschachnummern in den Filzeinsätzen entdeckt werden. In der Tat wurde alles in diesem Artikel aus Plantagen angebauten Heimbuchen, Birke sowie Mahagoni handgefertigt. Nach den Messungen des Spielfeldes erscheinen auch die Zahlen sehr groß. Der König zum Beispiel bestimmt 110 mm Höhe. Darüber hinaus haben ihre Basen eine wirklich gefühlte Basis sowie es gibt einen Schwerpunkteinsatz im Fuß. Im Großen und Ganzen ist das Ergebnis ein Premium-Schachspiel Edeln Stils mit einem besonderen Gefühl. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.